Ja, dann vielen Dank für die nette Anmoderation, vielen Dank, dass wir hier quatschen dürfen. Es ist uns eine große Ehre und ja, ich fange einfach mal an, wie bei uns eigentlich alles losging. Es war nämlich am 3. April, wir haben es nochmal extra rausgesucht, da bekam ich eine E-Mail aus Amerika, wo die Susanne gerade war und ich lese sie mal vor. Betreff ein großer Gedanke. Ich hoffe, es nervt noch nicht so arg, dass ich momentan so viel Podcast-Nachdenkenergie habe und dich und euch deswegen ein bisschen zuspanne mit Fragen und Gedanken. Aber einen Gedanken will ich mal mit dir alleine noch besprechen. Es ist ein größerer Gedanke, in Caps Lock geschrieben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Podcast-Label zu gründen? Mir schwirrt der Gedanke gerade im Kopf herum und vielleicht hatte ich auch einfach in den letzten Wochen zu wenig Schlaf und zu viel Kaffee. Aber diese Idee sitzt da nun also in meinem Kopf und ich kann mich nicht entscheiden, ob mich die Idee nur verkackeiern will oder ob das vielleicht eine richtig gute Idee ist. So, und manchmal fragen wir uns, glaube ich, heute noch, ist es eine Idee, die uns nur verkackeiern will oder ist die richtig gut? Gut, ich habe dann geantwortet, dass ich tatsächlich zwei Tage vorher, also ich schrieb vorgestern, hatte ich die gleiche Idee, die gleiche Idee hatte. Bei mir kam das auch aus so verschiedenen Gründen und ab da ging es eigentlich los, dass wir E-Mails hin und her geschrieben haben und uns immer weiter gegenseitig motiviert haben. Yeah, wir machen das jetzt. Super, gleich Ersatz, toll. Ja, tatsächlich, ich habe gerade an den Fingern abgezählt, das ist jetzt sechs Monate her, also eigentlich erstaunlich, was dann doch passiert ist in den sechs Monaten. Am Anfang war natürlich schon so dieses Gefühl und genauso haben wir den Talk auch angekündigt, dass wir keine Ahnung haben, was wir da tun, aber das trotzdem einfach machen wollen, weil wir so stark das Bedürfnis hatten, das zu tun und uns wahrscheinlich eher in den Hintern beißen würden, wenn wir es nicht tun, wenn wir schon mal so viel Energieüberschuss haben. Und was dann ganz am Anfang dieses ganzen Prozesses oder für uns stand es relativ am Anfang, war, dem Baby einen Namen zu geben. Also weil bevor man irgendwas tun kann, ein Unternehmen anmelden oder eine Webseite aufstellen oder Merchandising machen oder was auch immer, braucht man ja irgendwie einen Namen. Und damit haben wir dann am Anfang relativ viel Zeit verbracht, haben uns angefangen immer Textnachrichten hin und her zu schicken. Und ich kann ja mal uns so ein bisschen in die Karten gucken lassen, was es da für Ideen gab. Also offensichtlich hat Haus 1 am Ende gewonnen. Aber man überlegt natürlich, ist Podcast zum Beispiel schon so ein Begriff, mit dem man jetzt hantieren sollte im Titel oder sollte man es eher Audio nennen oder so? Also dann waren so, hey Podcaster, hey Procaster, Radio Rausch, Herzflimmern mit TZ, Global Procasters. Also man überlegt so, wer will man sein, was will man da repräsentieren? Und meistens ging es hin und her und der andere hat so, nicht ganz begeistert, sonst hätte ja dann der Begriff gewonnen. Dann hatten wir auch Schallpalast, Zentrum für Podcastkultur, Learning by Talking war eine Idee, Orbit war eine Idee. Mit H natürlich, Orbit mit H. Und wo ich ganz lang dran hing, war zum Beispiel Hört mit diesem dänischen O, mit diesem Strich, weil ich dachte, das wirkt so ganz global. Und dann dachten wir, ja, weil letzten Endes, wenn man es in der Sendung sagt, heißt das, ja, das ist eine Sendung von Hört. Hm, vielleicht nicht ganz so geschmeidig irgendwie. Ja, letzten Endes haben wir uns für Haus 1 entschieden. Genau. Und wir werden immer mal wieder gefragt, was heißt eigentlich Haus 1? Tatsächlich habe ich das bei einer sehr späten, wahrscheinlich war es schon nach 23 Uhr Suche im Internet, so völlig verzweifelt, was gibt es noch für Namen, was gibt es noch, das noch nicht völlig verbraucht ist. Bin ich über Thesaurus und dann Victionary und dann wieder Thesaurus und Victionary, so hin und her gebongt, bei dieser Seite gelandet. Das ist aus dem Victionary, das heißt irgend so was ähnliches wie Haus 1. Und ich habe dann gedacht, das ist eigentlich ganz cool. Heißt so viel wie etwas, was man hört, also eine Nachricht oder ein Report, den man hört, passt also schon mal super zu dem, was wir machen. Und dann die zwei absoluten Assets, es ist Gothic und es ist Feminine. Und ich habe das dann vorgeschlagen und gesagt, was hältst du von Haus 1? Und Susanne meinte sofort, hey, das ist ein cooler Name, weil, ja. Einfach zu sprechen. Einfach zu sprechen, total einfach. Man muss ja auch nicht jedes Mal erklären, dass das irgendwie gotisch ist und wo das herkommt oder so. Hauptsache, die Leute können sich merken, hauseins.fm, ja. Wir sind die erste Adresse für Podcasting. Ja, total. Um es so zu sagen. Und tatsächlich, also diese ganzen ersten Wochen und eigentlich die ersten Monate, die waren wie so ein Rausch, muss man echt sagen. Weil, also es war glaube ich sogar sehr gesund, dass ich zu der Zeit in den USA war. Dadurch hatten wir die Zeitverschiebung. Ansonsten hätten wir uns, glaube ich, 20 Stunden am Tag zugetextet. Also wirklich die ganze Zeit Nachrichten hin und her geschickt. Und man geht natürlich dann auf die Suche. Also, was gibt es in Amerika? Also, wie gesagt, Amerika hat mich so ein bisschen angefixt, weil ich da mit einem Journalistenstipendium war und dadurch auch sehr viel in Gespräch gekommen bin mit Podcast-Produzenten, auch mit richtig Leuten von Gimlet und von NPR und von Vox Media und mit denen mich sehr viel unterhalten konnte. Und das total interessant fand, wie unterschiedlich die auch sind. Also, wir haben ja alle ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und wir haben uns die Frage gestellt, wer wollen wir sein? Was könnte man da machen? Wollen wir eher so eine Dachorganisation sein, wie vielleicht Radiotopia mit ganz vielen Indie-Podcasts, denen wir helfen, groß zu werden? Oder wollen wir selber Sachen entwickeln? Wollen wir Aufträge für Medienhäuser machen, wie es vielleicht eher Pineapple-Street-Media macht oder so? Da haben wir halt eben ganz viel überlegt. Und es war so ein irrer Zustand, weil wir ungefiltert uns alles gegenseitig gesagt haben. Und man war zwischendurch schon so dem Herzinfarkt nahe, weil man gedacht hat, so viele Sendungen, wie wir gerne machen wollen würden, können wir nie im Leben machen. Aber man denkt natürlich die ganze Zeit, wir müssen eine Sendung darüber machen. Und so eine Sendung will ich aber auch haben. Und wenn wir schon dieses Label haben, sollten wir doch auch unbedingt den und den und den, den wir gut finden, fragen, ob die nicht mit Podcasting anfangen wollen. Das war so unser Zustand. Genau, und so ging das die ganze Zeit hin und her. Ich habe das dann irgendwann in unserem hauseigenen Podcast, was halt auch so schön ist, unser hauseigener Podcast, beschrieben als so ein Verliebtheitszustand. Also irgendwie die ganze Zeit völlig Endorphine und es wird ausgeschüttet und man strömt so über vor Ideen und vor Zukunftsplänen. Und es dauert dann natürlich nicht sehr lange, bis die Ernüchterung kommt. Also ich glaube, bei Verliebten ist das tatsächlich so ungefähr ein halbes Jahr, bis der Drogencocktail aufhört. Und so ähnlich ist es bei uns dann vielleicht auch gewesen. Aber uns war, glaube ich, auch von Anfang an klar, dass wir das nicht alleine einfach so schaffen, sondern dass wir auch Infos brauchen. Ich bin dann zur Gründungsberatung gegangen. Und das war ganz, ganz witzig, weil ich kam da hin und da saß da so eine Frau und die hat schon sehr viele Frauen. Also es war extra Gründungsberatung auch für Frauen. Die hat schon sehr viele Frauen beraten. Die macht auch Buchhaltung für sehr viele Frauen. Das heißt, sie ist so wirklich krasse Expertin gewesen. Und ich saß an ihrem Tisch und sagte, ja, also wir wollen gerne ein Podcast-Label gründen. Dann guckte sie mich so sehr verständnislos an und fragte, was ist denn ein Podcast-Label? Und ich so, ja, sie wissen, was Podcasts sind, oder? Sie wissen, ne? Was sind denn Podcasts? Und ich so, ja, okay, also das ist, wenn man eine Sendung produziert. Sie kennen das vielleicht aus dem Radio. Da gibt es ja so Sendungen, Leute reden miteinander, aber man stellt das eben ins Internet. Aha, sie strahlen also was zum Radio aus. Nein, wir strahlen es nicht im Radio. Und so ging das. Also ihr könnt euch das vorstellen. Ihr kennt wahrscheinlich alle solche Gespräche auch irgendwie. Sie sagte dann irgendwann, naja, also da müsste ich mich jetzt aber nochmal einlesen. Ich habe hier so eine Frau, die hat einen Schulladen eröffnet. Also die Gründungsberatung hat also nicht so viel gebracht. Ja, Katrin hat sie mitgezeichnet, freundlich, weil sie mir dann das MP3 geschickt und ich saß die ganze Zeit nur da und war so entsetzt relativ. Weil wir hatten uns viel davon versprochen, also wirklich zu wissen, danach, wie fängt man jetzt so ein Business an? Und das war nicht der Fall. Ja, oder auch, dass sie uns sagt, wow, voll cool, da gibt es den Topf und dann müssen sie sich dahin wenden und hier können sie Förderung beantragen und so. Ja, das war schon mal alles nix. Und es stellte sich auch relativ schnell raus, dass wir das alles selber erarbeiten müssen, also dass wir jetzt nicht die große, erfahrene Podcast-Gründungsberatung abgreifen können, sondern ja, müssen wir halt irgendwie alles selber rausfinden. Und das war dann so der Mai und Juni, den wir damit verbracht haben. Okay, was brauchen wir? Was muss man für Schritte machen, um ein Unternehmen zu gründen? Und dann haben wir einfach, also im Juni bin ich zurück nach Deutschland gekommen. Dann war das auch, dass wir überhaupt erstmal anfangen konnten, dass wir jede Woche, also wir jeden Freitagvormittag werdet ihr uns nicht erreichen, weil wir miteinander skypen. Zwei, drei, vier Stunden. Das ist so unser Jour Fix, wo wir halt eben über alles sprechen. Weil Katrin ist in Berlin, ich bin in München. Wir sind noch nicht mal in einer Stadt. Dann waren wir aber wenigstens mal wieder auf einem Kontinent. Und ich habe dann genau unsere Maxime, also von nix in Ahnung haben, aber einfach mal machen, umgesetzt, bin zum Gewerbeamt gegangen, hatte mir vorher so einen Zettel ausgedruckt aus dem Internet, wo Gewerbeanmeldungen, ja, man schreibt seinen Namen rein, bla bla. Und dann hat die Frau gesagt, ja, welche Form wollen Sie denn machen? Und dann habe ich gesagt, eine UG. Also das hatten wir vorher recherchiert. Eine UG ist eine Unternehmergesellschaft. Unternehmensgesellschaft. Es ist eine kleine GmbH, also weniger Eigenkapital, ist aber eben keine GbR. Also GbR kann man ja wirklich rucki-zucki gründen und tatsächlich mit so einem ausgefüllten Zettel, wenn man zum Gewerbeamt geht und eine GbR gründet, ist es damit erledigt. Die Frau guckte mich dann aber an und sagte, ah, eine UG. Tja, dann kommen Sie als allerletztes zu mir und als allernächstes gehen Sie erstmal zum Notar. Dann, ich habe keinen Notar, habe dann aber über Freunde gefragt, okay, kennt irgendjemand einen Notar, bin dann dorthin gegangen und dann, also eigentlich machen die relativ viel für einen, die erklären einem das auch alles sehr, sehr genau. Es hieß dann nur, dass dieser, wie ich dachte, eine Schritt zum Gewerbeamt wurde, also nicht nur zu 20 Schritten, sondern zu einer kreisförmigen Schrittfolge, nämlich, dass ich als erstes zum Notar gegangen bin, der hat diesen, den Gesellschaftervertrag aufgesetzt, mit dem, mit der Kopie davon, bin ich zur Bank gegangen, die Bank hat, wir haben da ein Konto eröffnen können, man kriegt dann die Kontoeröffnung, also den ganzen Kontodaten, dann zahlt man das Grundkapital ein, also man muss mindestens 1000 Euro einzahlen für eine UG, wir haben jeder 1000 Euro eingelegt, dann braucht man einen Kontoauszug von diesem Konto, mit diesem Kontoauszug geht man wieder zum Notar, der Notar schickt dann den Gesellschaftervertrag, ich vermute mit dem Kontoauszug, zum Handelsregister, also zum Amtsgericht Bayern oder Amtsgericht München heißt es wahrscheinlich und das Amtsgericht schickt einem dann die Information über den Handelsregister-Eintrag, mit der Information über den Handelsregister-Eintrag, die geht man wieder zur Bank, also man schickt der Bank den wieder, dann kriegt man den Zugang zu seinem Konto, also vorher kann man gar nichts machen und dann, ich glaube, irgendwann demnächst kriegen wir noch einen offiziellen Schrieb vom Handelsregister, so eine Urkunde und mit dem darf ich dann wieder zum Gewerbeamt gehen. Also das ist so dieses eher, ich würde es nennen, Kafka-eske Prozedere, von dem ich sehr froh bin, dass ich vorher nicht wusste, dass das so ablaufen wird. Also Naivität kann da auch ganz oft einen davor bewahren, schon aufzugeben, bevor man überhaupt angefangen hat. Ja und dann eines Tages schrieb ich der Katrin eine SMS, weil halt eben diese ganzen Formalien und das kostet dann nochmal mehr Geld, das kostet nochmal weniger Geld und fragte sie und was dann diesen Kafka-esken Eindruck nochmal verstärkte, ob es okay ist, wenn sie nicht Geschäftsführerin ist, sondern Prokuristin. Katrin ist Prokuristin. Ich musste das auch erstmal googeln und fragt mich jetzt bitte nicht, was es ist, ich habe es auch schon wieder vergessen, aber der Unterschied ist, ich habe die gleichen Rechte, also wir haben beide sozusagen die gleichen Rechte unserer Gesellschaft zu vertreten, aber als Prokuristin hat uns das Ganze nur 10 Euro gekostet und wäre ich Geschäftsführerin geworden, hätte es 500 Euro gekostet. Also da, ja. Man ist dann pragmatisch. Man ist dann auch irgendwann pragmatisch und das ist auch egal letztendlich. Ja, genau. Dann, was waren die nächsten Schritte? Ich glaube, du hast dich in Berlin mit Steady dann mal getroffen, weil wir natürlich gucken mussten, wenn wir Sendungen unter unser Dach nehmen wollen, wie kommt die Kohle rein? Nee, das war sogar ganz, ganz zufällig. Also hier sind erstmal die vier Podcasts, die jetzt gerade unter dem Dachhaus 1 sind, für die wir uns dann entschieden haben und drei davon bin ich tatsächlich selber auch Host, also die lagen dann irgendwie relativ nahe. Der vierte hat eine ganz interessante Geschichte nochmal. Ich war für einen anderen Podcast, für ein Interview bei den Krautreporter, die Krautreporter sitzen im gleichen Haus wie die Leute von Steady. Immer wenn ich da bin, quatsche ich kurz mit den Leuten von Steady, weil die natürlich auch versuchen, ganz interessante, oder Nanti mögen es nicht so sehr, ich finde es ganz interessant, Möglichkeiten zur Monetarisierung von Podcasts weiterzuentwickeln und das eigentlich immer so ein sehr fruchtbarer Austausch ist, dass die fragen, was braucht ihr noch, dass ich sage, ich brauche das noch und dann guckt man halt, was man machen kann. Und Sebastian Esser von Steady meinte dann, ah ja, voll cool, ihr macht ein Podcast-Label. Ich kenne da den Frank Jung, der macht einen Podcast, der heißt Halbe Kartoffel. Susanne und ich gleich, ja klar, den kennen wir auch, der ist voll nett und voll toll, der gefällt uns. Und Sebastian meinte nur, ja, Frank sucht nach Kooperationsmöglichkeiten, weil er hatte eine Anschubfinanzierung, also er war ein geförderter Podcast, aber das ist dann auch, ich glaube, nach ein paar Folgen ist es irgendwie ausgelaufen und jetzt versucht er eben wie alleine klar zu kommen. Ich habe dann den Frank angeschrieben, habe gemeint, so hier hast du Lust, dich zu vernetzen und er hat auch sofort gesagt, ja, lass mal einen Kaffee trinken und so kam eins zum anderen, wir sind Kaffee trinken gegangen, wir haben gequatscht, wir haben uns genauso gut verstanden, wie man sich das nach dem Hören des Podcasts von Frank auch vorstellt, dass man sich mit ihm gut versteht. Also es ist einfach ein lustiger, entspannter Typ, der aber eben auch, also er ist auch Journalist, er macht das Ganze auch sehr professionell, bereitet sich viel vor und hat da halt auch ein großes Interesse dran, ja, letztendlich, dass nicht nur die, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt sind, irgendwie 60 Euro oder so im Monat bei ihm am Ende für den Podcast reinkommen. Und so kam es dazu, dass wir jetzt ein Vierer-Podcast-Portfolio momentan haben. Wir haben Anekdotisch Evident, das mache ich zusammen mit Alexandra Tober, die ist Schriftstellerin und ist so wirklich so eine Kulturwissenschafts-Nerdin, also die arbeitet sich total gerne in verschiedene Themen ein und genau das machen wir. Ein Monat lang graben wir uns in ein Thema ein und danach reden wir darüber. Halbe Kartoffel, der Name kommt daher, dass Frank selber eine halbe Kartoffel ist, also seine Eltern sind koreanischer Herkunft, er selber ist in Deutschland geboren, halbe Kartoffel. Und er redet halt mit anderen halben Kartoffeln, also anderen Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, was ja ein sehr sperriges Wort ist und genau darum geht es in dem Podcast, das sperrige Wort zu entsperren und über Anekdoten und Alltagsgeschichten zugänglich zu machen. Der Lila-Podcast, den machen Susanne, Barbara Streide und ich schon seit über vier Jahren und die Wochendämmerung haben wir im Grunde geerbt. Das war ein Podcast, der vorher bei Audible gelaufen ist, der jetzt zufälligerweise relativ zeitgleich dort ausgelaufen ist und wo wir gesagt haben, wir würden gern versuchen, den weiter zu betreiben. Genau, das sind also unsere vier Podcasts und ja, was wir machen, ist letztendlich so eine Art transparentes Experiment, also auch hier gerade. Genau, also die Transparenz soll nicht nur da aufhören, darüber zu reden, wie gründen wir dieses Ding und was machen wir, sondern wir wollen wirklich sehr offen damit umgehen auch, was kann man ausprobieren, also vielleicht so eine Stellvertreterfunktion auch, also die Frage ist ja zum Beispiel hier jetzt auch schon sehr, sehr viel gefallen, dass man sagt, was könnte funktionieren, also funktioniert Steady oder funktioniert Werbung oder will man zusammenarbeiten mit der AS&S oder was auch immer und unser Plan ist mit dem Label das alles auszuprobieren und das auch alles immer weiterzugeben. Also wir haben zum Start eine Episode des Haus 1 Podcasts online gestellt, da geht es erstmal darum, was soll der Quatsch, also warum fangen wir jetzt damit an und wie hat das alles angefangen, also auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte und der soll aber schon auch dafür da sein, immer wieder zu erzählen. Also das sind unsere nächsten Schritte, das ist die Problemlage. Was weiß ich, allein mit Spenden von Hörern kommt man jetzt nur so und so weit und lass uns doch mal Werbung ausprobieren und so weiter und so fort und dann immer unsere Erfahrungen auch, also was man sonst vielleicht nur einmal im Jahr auf so einer Konferenz kriegt, auch wirklich regelmäßig zu machen, um, also im Idealfall würden wir sagen, um andere zu ermutigen, das auch zu machen. Also unser Plan wäre schon in Deutschland so die Podcastszene dazu zu ermutigen, mehr zu experimentieren, mehr auszuprobieren. Also bei unseren eigenen Formaten, die wir gerade gesehen haben, machen wir es so ganz unterschiedlich. Die Wochendämmerung, wie gesagt, jetzt bei Audible rausgelöst, auf den freien Markt geholt, dann haben wir gesagt, wir probieren mal Crowdfunding und schauen, wie das läuft, es läuft gut an, aber ist natürlich auch deswegen total gut, weil man seit zwei Jahren diese Sendung im Zweifelsfall kennt oder man kann sie kennen. Der hat eine gewisse Fanbase. Beim Lila Podcast, es ist der größte Podcast in unserem Portfolio, da haben wir auch die kleinen fünfstelligen Zahlen, Downloadzahlen, der ist natürlich für die Vermarktung am interessantesten und da sind, haben wir jetzt die ersten zwei Spots laufen lassen, in den letzten zwei Sendungen sind die ersten beiden Spots von Audible gelaufen. Das war jetzt mal so ein Experiment, sowohl von unserer Seite aus, als auch von deren Seite aus, aber das lief extrem angenehm mit einmal anrufen und sagen, hier, wir hätten da Lust drauf, habt ihr auch Lust drauf? Okay, lasst uns telefonieren. Zehn Minuten telefonieren und sagen, okay, so könnten wir uns das vorstellen. Und bei anekdotisch evident sind Anzeigenkunden auf uns zugekommen schon, also Zalon, weiß nicht, ob es jemandem was sagt, das ist so ein Einkleidungsdienst von Zalando, also die sagen, wir fänden es interessant und wir sagen, ja, lass uns mal reden, also weil dieses ganze Reden, man lernt immer Neues und das ist für uns jetzt gerade so das Spannende, einfach wirklich mal mit jedem zu reden und zu schauen, was stellen die sich denn vor, was finden die auch spannend an Podcasts, also die finden ja natürlich was ganz anderes spannend als wir. Wir finden es spannend, senden zu können und die finden es spannend, zu gucken, wen erreichen wir denn da und wen könnten die im Zweifelsfall erreichen. Genau, das ist so, diese Transparenz ist schon so ein sehr großes Ding für uns. Auf jeden Fall. Und wir sind auch total dankbar, weil das ist letztendlich ja auch die Kultur, die von euch kommt oder die wir auch von hier mitgenommen haben. Im Vortrag gerade vorher wurde ja auch gesagt, wir können eigentlich nur gemeinsam wachsen und das ist genau auch unser Ansatz. Also zum Beispiel, wir sehen 4000 Hertz weniger als eine Konkurrenz, als einfach auch welche, die sich auf den gleichen Weg gemacht haben und so gemeinsam als die walzen, die diesen Weg auch platt walzen jetzt erstmal, weil er ist noch sehr uneben und es ist noch sehr schwierig und ja, das ist eigentlich so das Ziel. Aus dem kleinen Reich der Anekdoten noch zwei, bevor unsere Sendezeit dann auch zu Ende ist. Es gab noch ein kleines Hindernis in Sachen Social Media, also so ein Twitter-Account zum Beispiel ist natürlich wünschenswert, wenn man ein Podcast-Label gründet und der Twitter-Account Haus 1 gehörte einer Intensivpflegestation in Berlin, die auch Haus 1 heißen und dann habe ich da, ich glaube irgendwann im Juli eine E-Mail hingeschrieben, habe gemeint, hallo, Sie haben Ihren Twitter-Account mit 49 Followern seit 2013 nicht benutzt, könnten Sie vielleicht diesen freigeben? Dann kam aber nur zurück. Entschuldigung, bei uns sind gerade alle im Urlaub, bitten fällen Sie sich nach den Sommerferien nochmal, dann habe ich mich nach den Sommerferien nochmal gemeldet und am 15. September kam dann die E-Mail von Haus 1, der Intensivpflege in Berlin, so ja, wir haben jetzt unseren Internet-Dienstleister gesagt, dass sie den Twitter-Account löschen sollen, Sie können ihn also haben. Wir haben uns groß gefreut, so ja, ja, genau rechtzeitig zum Start im Oktober, aber Pustekuchen, Twitter braucht 30 Tage, um so einen Account an den nächsten Nutzer freizugeben. Also man hat, wenn man sich bei Twitter löscht, das ist vielleicht ganz interessant auch zu wissen, wenn ihr euch mal löscht, habt ihr 30 Tage Zeit, es euch anders zu überlegen. Das bedeutet aber auch, dass niemand anders diesen Namen haben kann. Und so konnten wir den Namen dann erst am 15. Oktober haben, das war leider zwei Tage, nachdem wir sozusagen mit unserer Webseite online gegangen sind. Und das ist auch schon die zweite Anekdote und dann komme ich auch zum Schluss. Die Webseite. Sie ist inzwischen sehr schön, also wir sind sehr stolz auf sie, sie repräsentiert eigentlich alles das, was wir gut finden und was wir selber so an ästhetischen, ich sag mal, Vorlieben haben, aber die Webseite sollte zum 13.10. fertig sein. Da haben wir nämlich einen Vortrag gehalten beim Zündfunk-Netzkongress. In diesem Vortrag wollten wir sagen, hallo, es gibt jetzt Haus 1, guckt doch mal vorbei auf hauseins.fm und noch am 13.10., als ich gerade mittags in den Bahnhof München mit dem Zug eingefahren bin, saß ich in diesem ICE und habe an der Webseite gebastelt. Also es war wirklich so unfassbar schlimm, letzter Drücker, falls ihr jemals was ähnliches plant, ungefähr drei bis vier Monate solltet ihr allein für die Webseite einplanen. Ja, abschließend vielleicht ein Satz noch dazu, weil die Frage seitdem, also seit dem Zündfunk-Netzkongress, seitdem wir so offiziell gemacht haben im Prinzip, dass es Haus 1 jetzt gibt, kommen sehr viele Fragen an uns, also sowohl Podcaster, Podcasterinnen, die sagen hier, ich mache auch einen Podcast, habt ihr Lust auf mich, kann ich mitmachen oder es kommen Fragen, was soll der Quatsch und deswegen können wir ganz kurz darüber vielleicht noch reden. Jetzt gerade, also wir vertrösten jetzt erstmal momentan jeden und jede, weil wir sehen so, wir brauchen jetzt erstmal wieder, wir brauchen ein halbes Jahr, um so Strukturen zu schaffen. Also was wir jetzt im Moment merken ist, wir haben jetzt so den ersten Pitch geschrieben für einen Geldtopf, wir haben die ersten Anzeigenkunden angerufen und alles, was man zum ersten Mal macht, ist natürlich immer irre aufwendig. Und da wollen wir jetzt erstmal so, was kann man sagen, so eine Routine reinbringen, also dass wenn wir wissen, okay, die nächsten zehn Anzeigenkunden wollen wir anfragen, dass klar ist, okay, diese Standard-Mail haben wir da schon oder so und können denen das schicken. Wir haben jetzt natürlich dann zum ersten Mal so eine Präsentation über unsere Podcasts gemacht, das muss man dann nicht mehr machen, sondern vielleicht nur noch so ein bisschen anpassen und so. Also da versuchen wir jetzt so ein bisschen Routine reinzukriegen und dann wird es auf jeden Fall etwas sein, dass wir Ausschau halten oder auch wenn sich Leute bei uns melden, zu sagen, was passt zu uns, welches Format und welches Thema. Genau, willst du ein bisschen was von Inhalten? Ganz grundsätzlich ist es für mich so, dass ich immer an Alexandra, also Tober von Anekdotisch Evident und auch an Frank Jung denken muss, dass die so meine Schäfchen geworden sind, weil Frank bekommt momentan für seinen Podcast eben diese 60 Euro, Alexandra und ich für Anekdotisch Evident 69 Euro, was wir dann nochmal durch zwei teilen und das ist eigentlich das, wo ich denke, nee, also ich mache das unter anderem deswegen, um Leuten, die sich wirklich so viel Mühe auch geben, die sehr professionell arbeiten, die für Arbeit da reinstecken, hinterher ein Honorar zahlen zu können, für das ich mich als nun Chefin dieser Leute so ein bisschen zumindest nicht schämen muss. Das ist eigentlich das Hauptziel zuerst, das heißt diese vier Podcasts auch gut vermarkten, das heißt an denen auch gucken, wie funktioniert Vermarktung überhaupt und das zweite Ziel ist dann eigentlich erst, wenn das läuft, zu gucken, okay, was können wir noch für andere Produktionen tatsächlich entwerfen. Susanne ist ganz großer Fan von Storytelling, also hat da ganz viele tolle Sachen auch aus den USA mitgebracht und das ist dann eben so der zweite Schritt. Genau und da ist natürlich das große Problem, das wisst ihr alle, Storytelling ist irre teuer, also alle Produktionen, wo man immer denkt, so was würde ich gerne mal machen, die man aus den USA kennt, da ist dann ein Team von 15 Leuten dahinter oder 10 Leute und es kostet einfach unglaublich viel Geld. Also deswegen ist dann schon die Idee, auch eben schon diese Formate zu entwickeln. Also wir haben nicht nur in der Schublade, sondern wirklich in unserem, also wir arbeiten mit Evernote und das wird immer mehr, immer mehr. 39 Notizen in unserem gemeinsamen Notizbuch. Wo dann halt, wo wir überlegen, okay, was wäre der richtige Ansatz dafür oder dafür, welcher Topf käme da vielleicht in Frage oder welches Medienhaus zum Beispiel. Also dass man auch überlegt, die großen Medienhäuser gehen ja jetzt momentan auf diesen Markt, die sind da alle interessiert. Die meisten sind aber noch relativ ahnungslos, wo sie da jetzt anfangen und wie das überhaupt funktioniert. Aber zu sagen, hier, wir glauben, dass es zu euch passt und wir machen euch das. Und das ist natürlich dann auch, wenn da Geld reinkommt, das kann auch eine Querfinanzierung dann wiederum für privat produzierte Podcasts sein. Also diesen ganzen Markt aufzuschließen, einmal in die Podcastszene selber reinzugehen und zu sagen, wir eröffnen euch Möglichkeiten, dass ihr eben mehr Zeit da reinstecken könnt und andererseits ein größeres, also das Publikum zu vergrößern. Zu sagen, wir wollen einfach mehr Leute mit Podcasts beglücken, was natürlich vielleicht über die großen Medienhäuser ganz gut funktionieren könnte. Genau. Das ist eigentlich auch schon das Wichtigste, was wir zu sagen hätten. Für alles Weitere sind wir auf jeden Fall hier. Wir geben heute Abend auch noch einen aus, weil wir nämlich sehr genau wissen, wo wir herkommen. Ich selber bin von Tim in ein CAE eingeladen worden, bin von Tim infiziert worden mit diesem Podcast-Virus, habe dann irgendwann angefangen, das selber zu machen mit der Anleitung, was für eine Technik ich mir kaufen muss. Und, und, und. Wir arbeiten mit Podlove, wir arbeiten mit Ultraschall, wir kommunizieren und lesen im Sendegate nach, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wie man was besser machen könnte. Hinterher jagen wir alles einmal durch auf Phonik. Also ich glaube, es ist jedem klar, ohne diese Community hier gäbe es Haus 1 nicht, also ganz sicherlich nicht. Und deswegen würden wir euch heute Abend bei der Party gerne auf Dschunk einladen, wenn ihr Lust habt. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!